Hallo und Herzlich Willkommen beim Next Battle zwischen Moin und Lustig und Schreck XD. Wir können heute wie du zwei gegeneinander tanzen. In der rechten Ecke sehen wir Moin. Hallo und Herzlich Willkommen zu unserem ersten Next Battle, also zumindest von mir. Und mein Kanal, seht ihr ja mal klar, und der Kanal von Lustig und Schreck XD wird in der Beschreibung verlinkt. Ja, und sein Kanal wird bei mir auch verlinkt sein. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Insgeheim, wir machen drei Runden. Genau, also drei Runden. Ah, fuck. Die erste ist meine. Genau. Ich hab nur noch 14. Hier, euch eng geheilt. Ja, ich flieg schnell hin. Ja, ich flieg schnell hin. Also die erste Runde ging an. Moin. Oh, es hat mich hier mal wieder geschlagen. Okay. Bin wieder eingeschlagen. Ja, okay. Wenn Lustig XD, der es da drin ist, dann werde ich wieder das Zauberwort schreiben. Und dann gehen gleich wieder alle Töte auf. Genau. Also die erste Runde ging an ihn, wie immer. Ja, also jetzt gehen die Tür wieder auf. Hoffentlich. So. Also meine Töne sind schon offen. Und dann würde ich sagen, drei. Zwei. Zwei. Eins. Oh, fuck. Sorry. Du hast noch GameOT an. Ja. So. Slash heal. Warte. Geh nochmal kurz rein. Ich muss eben nochmal. Chimp und fail. Ja, fail. Zwei. 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 Eins. So. Was. Ah. Alter. Mein Herz hatte ich nur noch. Und die zweite Runde geht an Möi. Und wenn ich die dritte Runde gewinne, dann hab ich ganz gewonnen. Wenn, wenn du die dritte Runde gewinnst, äh, gibt es immer noch zwei Runden. Ja, eigentlich ist ja schon längst geworden. Am besten das Ding kannst du das mal übernehmen, weil, ich besitze mal kurz sein. tut ihr es gut gelüftet mit der tür warte ich mach mal eine selbe hinzüge und das ist nicht erheblich oder bei mir letztes Jahr raus oder warte die hauen so lange die Schüren raus am besten schnaufen wir das alles ach nö so ne so ne Fels mache ich vielleicht als Outtakes rein ja am Anfang ja danach werden wir uns mit Absicht nur so perfekt machen um zu sehen alle Outtakes ich mach bestimmt die besten Ferien am Anfang ja ja also 3 2 1 Revanche alter okay da war jetzt eigentlich deine Runde weil ich bin für R gesprungen ja da war unentschieden ja das war Gott unentschieden was auch recht nice war ja und jetzt kommt die letzte Runde und wenn das auch ein Unentschieden ist dann machen wir bestimmt so ein 20.000 Minuten Part ja also 3 2 1 go so ah fuck in die Flammen gerannt und weißt du was immer mein Trick ist wenn ich treffen würde ja ja und damit hat er gewonnen so mit den der Digger ist mal ein 3 zu 0 genau ok äh warte ich werde ich jetzt auch noch ausschneiden ja das werde ich wieder reinschneiden ja ja der Gewinner moin und damit würde ich sagen verabschieden wir uns beide ok von der Runde ja also schaut auf seinem Kanal vorbei und auch sein genau und die noch mal nicht beendet